So, und wir sind wieder zurück mit, wie heißt es, Achtung die Kurve, Timo ist noch jetzt dabei, dazugekommen. Oh, ich mach da einen Raum. Ja, Timo ist jetzt nochmal dazugekommen, Eric ist weiterhin dabei und der Tobi, die singende Robbe, die ist leider nicht dabei. Äh, Eric auch, äh, ne, Ben, Ben, Elrond, MC Barne, äh, der ist, der ist auch nicht dabei. Oh, ist der Mario ist da, den könnte ich kennen. Ja, so, und, ha, Timo und ja Philipp, da komm ich rein. Ah, okay. Hey, du, ah, du hast mich richtig gekippt, oh, ich liebe dich. Gau, 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 wer ist denn das? Ich hätte gesagt, ja, 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 Gau, was du. Okay, gut, äh, ich bin weiterhin Gäst, 141, 141, ja, äh, gelb, ne, grün, gelb, ich bin grün, ich dachte, du wärst, Sir, Mario, du bist gelb, ich bin, äh, ich bin blau, pass auf. Ah, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ja, tolle Farbe, ja, die, die Farbe ist schwarz. Ja, welche Farbe ist halt, der bringt mir den Weg ab, der Fisch, der Fisch, pass auf. Ach, Timo kommt mit seinem Pelzer-Temperament. Pelzer, ii, diese scheiß Pelzer da, oh, äh, tot. Pelzer, bäh, ii, geht Pelzer, 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 bäh. Ah ja. Bäh. Du seid jetzt bestimmt saugut, oder? Was? Wir sind Killer. Ich bin letzter. Wir sind Killer, keine Skiller, also sind wir net zu, wuuh. Ähm, ähm, ähm. Also, ich kann schon gut durch Lücken fahren mittlerweile. Oh, 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 könnte bissel eng werden. Das könnte bissel eng werden. Oh, ja, bitte. Timo! Wieso, das bist du gar nicht? Ich hab gedacht, das bist du. Äh, doch. Oh, 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 oh. Glaub schon, ey, haben wir uns eben getroffen. Alter. Ey, ich wurde... Philipp, bist du Sir Mario? Nö. Ja, wer bist du? Der Philipp ist grün. Ich bin Gäst 1414. Äh, ich bin blau. Was, doch, du. Ja, ich war das. Ich bin blau. Wir haben uns lieb. Timo, wir haben uns einfach nur lieb. Äh, lass mich durch, lass mich durch, lass mich durch, Timo. Nein, hallo. Bist du mein Händer? Alter, woher kommt der jetzt? Scheiß Fehler, weil doch. Alter. Ah, yeah, I'm the winner. Yay, 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 yay. Wir spielen zusammen. Yay. Hey, yo, Mr. Tee, yo, yo, nee, das ist Zombie, scheiße. Äh. Timo muss in den Anti-Aggressions-Kurs. Oh, Eric. Mach, Eric. 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 Ich bin tot. Alter, ich wurde drei Runden hintereinander dritter. Und der wohl drei Runden. Hä? Nein. Okay. Ich werde jetzt, die Runde gewinne ich jetzt einfach. Sag ich jetzt einfach mal so. Äh, ich bin tot. Ah, doch. Oh, Mann. Team, 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 Team. Hab ich eben auch gedacht, gill. Zum Glück hat die Spur noch nicht eingesetzt. Ich hab eben gar nicht reagiert. Team, mach einfach gar nichts. Ich bin tot. Was hab ich getan? Wieso hab ich das getan? Weshalb? Warum? Wer wie was? Ich hab gewonnen. Wer wie was? Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Wer wie was? Wer wie was? Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Hey. Oh, ich bin oben. Der ganz alleinige Herrscher. Der ist schon vier Punkte vorne, weil ich das ganze Zeit gut dabei bin. Der ist übelgut. So. Wollt ihr fett sein? Ah! Hä? Wie? Wie? Wollen die mich verarschen? Ja. Nein, ich will nicht fett werden. Erich im Chat. Das war bei Schimofo. Oh, grad so dunn geworden. Ähm. Ja, toll, soll ich da hin? So. Genau, so. So, und jetzt? Kurve. Oh, ich hab gewonnen wieder eiskalt, oder? Eiskalt, mhm, sagt der dritte. Oh, ich werd nicht letzter. Bisschen Mario ist raus. Er ist AFK. Penis. Doch, ist er. Ich hab meine Meinungsfreiheit genutzt und was sinnvoll ist in den Chat geschrieben. Penis, einfach mal. Oh, der trinkt mich ab. Tja. Postuliert. Wie wenn ich sagen würde, Bida. Bida. Ah, 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 ah. Tja, da würde ich sagen, Bida, da, wie Schalblau oder Töckis abgetränkt ab. Und ihr seid fett. Scheiße, ähm, Timo, nein, wer ist noch grün? Philipp, wir müssen gegen die, den da oben mal was machen, weil der viel mehr Punkt hat als ich. Ja, Philipp, du bist letzter. Na und? Voll, er hat gewonnen. Hat er nicht. Ja, ja, Philipp, du bist tot. Bin ich nett. Noch nett. Nein, du hast nur die Farbe schwarz angenommen. Ja, wir müssen mal gegen den Orangenen gehen. Ja, ich weiß. Und nicht gegen mich, Timo. Ja, hallo, ich fahre nach Lust und Laune. Ja, gell, ich auch. Ich nicht. Für mich ist das mein Leben. Oh, 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 oh. Wen habe ich da jetzt getötet? Wen habe ich da jetzt getötet? Wen habe ich da jetzt getötet? Aha, hier, Philipp. Hey, Eric, Timo. Sau. Nein. Warum habt ihr mich abgedrängt? Warum habt ihr mich abgedrängt? Aha. Oh, oh, Romsch hat nur drei Punkte bekommen. Yes. Warum habt ihr mich abgedrängt? Weil Orange gestorben ist. Hallo, Jan, Philipp, du hast mich abgedrängt. Dann bist du in die Wand gefahren. Hallo. Tja, und ich habe alles beobachtet. Los, 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 los. Romsch, ja, ich komm. Ja. Ja. Ich mach Selbstort, Selbstort. Oh, verdammt. Timo, was? Was war das? Nein, das war so eigentlich schon geplant, aber. Und da übernimmt er die Farbe. Ich bin Erster. Ich bin verdammt schnell. Njong. Und da geht er wieder raus. Und da kriegt er die Kurve. Hol dir doch den Radiergummi an, Philipp. Nö. Nein, er lässt mich gewinnen. Er ist gnädig. Ja, ich habe ihn gewinnen lassen. Ja. Ich habe ihn gewinnen lassen. Ja, das hat er. Ja. Ich habe den gewinnen lassen. Wirklich. Der blöde Soktor. Ey, Timo. Erik. Erik. Timo, Erik. Ja, genau. Das nennt man Notkurve. Oder Ausgleich gerade. Ja, genau. Komm mir noch mit Physik. Bitte, ich werde ein bisschen älger. Ja, ja. Aha, das ist mit Erik. Oh, gesehen? Ja, das war... Scheiße. Ice one. Aha. Dump ass. Aha, aha, aha. Boah, Alter, wie... Wisst ihr noch die Zeiten, wo Orange erster war? Ja, das war noch Zeiten. Das war noch Zeiten. Wie hieß der noch? Ähm, Zafir? Ne. Ne, wie hieß er? Oh, oh, das könnte ein bisschen eng werden. Los, mach mal! Wie hieß denn der noch mal? Hättet ihr nicht irgendwie machen können, dass da das Dings... Äh, die Wände da so gedingst sind? Nein, ich hab bloß Orange gekillt und davor noch Türkis gekillt und dann noch kill ich noch Milch. Ah, nee. Ich gewinne. Ah, ah. Der wollte eben ein Herz machen. Er hat ein Herz gemalt. Ein zerbrochenes. Ist mir... Nein! Timo, du hast eben ein Herz gemalt. Aha, aha. Da, dieses Dings da... Äh, ja, wirst du im Video so vielleicht sehen. Ich bin blau. Falls du's guckst. Ich hab mir recht. Auch, wir haben zwei auf Color. Nur. Penis. Ja, das gibt Punkte in der Wertung. Tja, Timo. Was... Tja, Timo. Was mach ich? Ey, Timo. Ich hab auch... Ja, also ich hab Platz, ne? Ich auch. Und du bist fett. So. Oh, warum spielt ihr so dumm? Ich hab auf euch geachtet. Oh, das war knapp. Ja, Timo, du spielst sehr auf Platz. Du spielst ja... Oh, das wird eng. So, und wer hat jetzt gewonnen? Timo, wie bist du gefahren? Kann sein, dass wir nur noch so dritt sind. Ja. Wir sind nur noch... Wir drei. Alle verlassen uns. Ja, Philipp. Ah, ne, halt's ja, Erik. Oh, ja, Philipp. Oh, hallo. Alter, bist du schon ein Idiot. Hallo. Gottmau. Da wird er dich verfolgen. Nein, ich will das aber nicht. Stalker. Mann, immer dieses Stalker und Groupies und alle. Mö, 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 mö. Ich bin mit Absicht rein. Ich wollte dir nur den Sieg schenken. Ja, da hat er gewonnen. Ich wollte dir nur den Sieg schenken. Haha, ihr habt gegen Afkala verloren. Ich wollte nur den Sieg schenken. Was ist? Der bekommt noch 83 Punkte. Ich bekomme es selbst, wenn ich gewinne. Ja, was für Punkte? Ach, die Aufnahme läuft ja gar nicht. Ranking. Ja, die läuft gut. Äh, wo ist das Ding jetzt? Okay. Ach so, stimmt. Gibt's ja auch noch. Ja, äh, los. Los, los. Mach neuer, lass, neuer Raum raus. Nur für Timo's. Weil der in der Liste dann weiter unten ist und dann kommt keiner. Ah, klickt logisch. Nein. Die Scheiße, ich mach die jetzt aus. Nur für Timo's. Ich heiße Timo. Aha. Hallo. Hallo. Sauggeil. Timo. Hallo. Hallo Timo's. Hallo. Timo's. Total win. Timo imma. Club. Timo. Timo's. Null, wer ist gestern 마음에 Sent. Meine Mama ist Timo. Ich hab eben schon gedacht. Deine Mama ist ein Mann. Hu. Ey, ich hab nicht enter getrunken. Fuck, fuck. Oh, Alter, wer bin ich, ne? Du bist eben aus. Du warst nicht mehr gesporen und bist ins Ausgefahren. Also ich hab gedacht, ich bin gelb. Ich bin blau. Man behält die Farben. Also ich bin zweimal blau insgesamt. Also wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, ich bin orange. Ich bin blau. Und tot. Du bist tot. Ja, ich bin der Beste von allem. Ich bin tot. Nein, bist du nicht. Okay. Wow, du hast gewonnen. Der Typ hat so viel Platz, ey. Wie viel Platz hatte der? Das waren meine imaginären Kräfte. Ach so, ich bin hellblau, okay. Du bist türkisch, nennt man das heutzutage. Mann, was sollte das? Gottmodus aktiviert. Wow, westgelb. Gottmodus aktiviert. Gottmodus deaktiviert. Mann. Nein, gelb kommt. Nein, 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 nein. Hörst, lol. Gelb kann nicht spielen. Hallo, ja, soll ich mit so einem fettem Schwanz so durchkommen, hallo? Aber bist du das? Nee, das bist du gar nicht. Erich, ich glaube, du verlierst. Außer du kommst, ich hätte einen anderen Weg genommen. Wärst du doch rechts gegangen? Ja. Aber eiskalt. Aber eiskalt. Aber eiskalt. Aber eiskalt. Ich bin vorletzter. Ich hab mir auf meinen Runder durch die Mitte einen runtergerollt, deswegen konnte ich immer spielen. Was macht ihr? Fink doch. Erik hat's verdient. Grün und pink, alter. So eiskalt. Ey, was wollen wir da machen? Komm. Warum habt ihr die Wand nicht aufgemacht? Warum habt ihr euch nicht geopfert? Oh, Fink! Oh, Fink! Fink! Hallo, der hat geschissen. Oder wem weißt du. Fink! Der grün. Ich bin letzter! Ich bin letzter! Das liegt nur an der Kamera, die jetzt mitläuft. Nur deshalb der ich letzter. Ja. Ansonsten wäre es erster. Das ist Vorführeffekt, nennt man das. Das ist Vorführeffekt. Das war der Vorführeffekt. Ich wollte... Nein, 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 du kommst... Ich sag... Fiktisch! Gumo! Fiktisch! Gumo, Anna! Gummi! Bier! Bier! Gummi benutzen, sonst kommt so ne impotentes Sauvidero. Na. Ich will radieren! Oh, Manu! Ja. Das ist mir denk. Okay, Timo, da komm ich durch. Ich hoffe, letzter zu werden, wir haben auf Kala. Haha, ihr pennt. Jan Philippes Letzter. Börge? Ah, ihr habt beide schon... Chance, nicht letzter zu werden. Ja, Philippe, du hattest doch das letzte Mal nach Kala. Nein, das ist mein Cloud-Modus. Nein, meiner. Haha. Ah, fuhr. Ja, ich will die Anonymität beibehalten. Anonymität. Ja, wie Tobi. Kotere-Lol-Schaden. Anstatt kollateral. Die Kotere-Lol. Lotere-Lol-Schaden. Kotere-Lol. Lolol. Ich brauche vier Punkte bis zum ersten Platz. Ich bin zwei... Äh, zweitletzer. Ja. Ich bin zweiter von hinten. Oh, ja, Pille. Oh, oh, oh. Ah! Oh, oh, war das knapp. Ah, ne, die Wände mache ich nicht auf. Nein, grün. Kommst du nicht rein. Oh. Okay. Ich mache euch die Bände auf. Ich bin zu gnädig. Nein, grün. Wer ist grün? Hä? Äh, nein! 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 Grün... Spiegelverkehr. Nein! Ah! Wow, Musik ist... Nein! Ich bin hinter einem AFKler. Timo. Nein! Nein! Haha, grün ist tot. Ja, Radier. Höh! Fick dich! Nein, scheiß Radiergummi. Grün wäre gestorben. Oh, ist er da fit. Nein! Warum bringt er nicht mal grün um? Grün, der ist jetzt dran. Mein Kunstwerk da sieht irgendwie aus wie... Äh, weißgalt weg. Wie eine rote Titte mit blauem Nippel irgendwie. Boah, bin ich da glücklich durchge... Nein! Was, es lebt noch einer? Ja. Los, mach Speed! Und dann hauen weg! So, und jetzt... Äh, komm. Ja, ich hab da auch ein paar Meldungen, weil ich grad in meinem Gruppenchat bin. Boah, zum Glück hab ich die Kurve da gekratzt. Haha, grün! Haha, du bist tot! Haha! Das ist immer voll bitter. Alter, ich komm da nie durch die Dinger durch. Eric, 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 Eric! Ah, fick dich. Toll, jetzt kann ich hier wieder Kunstwerke vollbringen. Ah, fick dich. Mh, ich hab grün im Chat gedischt. Timo, wir haben gleich viele Punkte. Brot, bitte ich letzter. Ich hab grün im Chat gedischt. Oh, 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 oh. Eric, nein. Nein, nein! Spiel! Oh, Mann! Ich war fett und schnell! Ja, das passt nicht. Man kann es fett sein und schnell sein. Das geht auch nur in dem Spiel. Oh, oh. Ihr wolltet schon immer fett sein und dabei noch gut aussehen und schnell sein, dann spielt jetzt. Achtung, die Kurve. Eric, du schaffst das eh nicht, du schaffst das nicht. Nein, was ist das? Ah, das war Timo, haha. Ich kannte das Spiel nicht, wie lange ich spielen hätte ich? Jeden Tag. Ja, ich glaube auch. Ich bin eigentlich besser. Eric könnte es sogar eigentlich bezeugen, was er bestimmt eh nicht tut. War es besser als ich? Ne, ich bin besser als jetzt zumindest. Du hast doch schon in der letzten Folge gehört, dass ich mehr wert bin als ihr alle, also. Oh, oh. Boah, Timo, Alter, das war aber nicht schlecht. Eiskalt. Geschwindigkeit. Ja, toll. Oh, Pixel. Grün muss gewinnen. Grün muss gewinnen. Was macht der für eine Scheiße? Gryffindor gewinnt. Wow. Das war gut. Das war sehr gut. Das war gut. So, jetzt ist er langsam. Los, mach'n Fett, mach'n Fett. Ah, toll. Ja, er pennt halt. Nein, er... Oh, was macht er? Er... Oh, oh, das war der Wind für Grün. Möglicherweise nicht, weil er langsam ist. Ja, genau deshalb. Ja, okay. Scheiße. Boah, wir sind spannende Kommentatoren. So, und jetzt piekt er rechts ab. Und... Was könnte er jetzt tun? Oh, er fährt geradeaus. Oh, mein Gott. Das nenne ich können. Warum hat er sich jetzt nicht langsam gemacht? Ich versteh' es nicht. Zappelt er, der sieht, er meint. Nein, er fährt eiskalt vorbei und wird dadurch den Sieg ab. Oh, das... Das... Und, und, oh, was... Hätte den Sieg bedeuten können. Das wird den Sieg bedeuten, möglicherweise. Nein! Er hat es geschafft! Beat'em Vince dis Runde! Beat'em! 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 Heißt das wahrscheinlich. Beat'em! Just beat'em! Gamer, ich hasse dich, du Blö... Was war das jetzt? Tot. Ja, warum... Ist Beat'em... In die Wand gefahren? Oh, du mit deiner Scheiß-Kack-Spur! Oh, bist du dumm. Oh, ich darf nicht das Headset fassen dauernd. Ich schlag mir dauernd gegen das Ohr, und dann... Da ist ja so ein Knopf, und dann hau' ich immer die Musik an, und dann schreit. Ich hab' die Wand doch gar nicht berührt! Ich wär' da drin geblieben. Oh, ich hab' diese vier Punkte! Der braucht noch neun! Ich bin letzter! Geht auf Pink, geht auf Pink! Pink, 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 Pink! Pink, wer ist Pink? Der ist Pink! Toll! Beat'em ist weg! Timo fährt wieder da Kunstwerke zusammen! Beat'em ist weg! Sieht aus wie Steam-Zeichen! Ja, das wird oft gemacht hier. So, Timo! Ja, das geht... Das ist das Einfachste, das lernt man am Anfang! Ja, gell, das lernt man hier! Nein, ich hab' da oben... Ich habe den göttlichen Modus! Das war jetzt ein Fail! Ich habe den Toten-Modus! Oh, das war nix! Hey, cool, ich habe den göttlichen Modus! Toll, und Pink stirbt halt nix! Hey, ich bin Gott! Ich hab' Gewohnen! Ich mich gebeten! Der braucht noch fünf Punkte, und ich brauch' sechs auf ihn! Oh, ich bin's dem nicht aufgegangen! Haha, Pink! Guck mal, Pink! Eric, nein! Ach, tut mir leid! Ah! Ich hätte dir da... Blaubeeren... So, jetzt werd' ich dich... Ich werd' dich abdrängen! Ich betel' gegen Grün! Hör' auf, Timo! Ich hol's erstmal n' Radiergummi! Ich hab' Gottmode! Fick doch, ey, eine... Eine Millisekunde früher der Radiergummi! Eine Millisekunde... Wow, saugeil! Ja, das ist... Timo, du sprass, ey! Ey, ich hätte fünf Punkte erreichen müssen! Jetzt gewinnt Pink! Außer, ich mach' dem Wetter so eiskalt! Geht auf... Geh' auf Pink! Lol! Lol! Lol, Afghala hat' ich gekillt! Ach, nee! Ah, ha! Ach, galah hat' ich... Oh! Aber wie sie fahren überhaupt mit? Das ist doch Platzverschwendung! Ja, tja! Er hat gewonnen, Eric, übrigens! Hä? Er hat übrigens gewonnen! Ja, stimmt! Ja... Töte dich nicht! Du hast doch noch so viel vor dir! Du bist doch noch so jung! Jetzt bin ich ihm da vorne! Ne, ist er nicht! Ist er auch! Ist halt kein Wort mehr! Ja, 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 ja! Was du sagst! So flüssig flüchten sie sich immer! Ja, so flüssig! So flüssig! Ah, vier Punkte! Alter! Timo! Fickte! Hey, ey ey, ey, ey! Leute, 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 Leute! Wieder 22 Minuten aufgenommen! Ich sag mal wieder, äh, tschüss! Bis zum nächsten Mal! Bei... Achtung! Die Kurve! Erich! 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 Wir sind so Idioten! Und du hast auch noch drei Punkte bekommen, du Penner!